Leute, mir ist zu Ohren gekommen, dass man mit einem Restpostenpaket gutes Geld verdienen kann. Ich glaube, wir haben es heute mal bestellt und geschafft. Boah, das war richtig schwer. Da sind da jungen Gehlensteine drin. Da ist Gold drin. Leute, wir haben von Amazon ein Restpostenpaket bestellt. Und schauen mal, was sich hier drin befindet. Und was zeigen wir noch? Videospiele zeigen wir. Ich war wieder extrem fleißig auf Kleinanzeige unterwegs. Aber der Fokus liegt heute auf dem Amazonpaket. Wen das interessiert, Leute, nach dem Intro viel Spaß. So, Leute. Danke, dass ihr mal wieder am Start seid auf unserem Kanal. Klein viel macht auch nichts. Ihr könnt es da oben erkennen. Ihr seht hier unsere Location mit den Sachen, die wir einfach so zuletzt gefunden haben. Viele haben das letzte Video bestimmt gesehen, wo wir diesen coolen Gameboy in der Originalverpackung gefunden haben, der einfach mal fast 200 Euro wert ist. Heute wieder was Besonderes. Nämlich, wir machen heute ein Restpostenpaket von Amazon auf. Plus, was hast du heute noch? Ich habe ein paar Spiele gefunden, die will ich euch eigentlich auch sofort präsentieren. Tolle Ruhigspiele. Was ich auf Kleinanzeigen so gefunden habe. Und wir wollen nicht lange fackeln. Und ich fange auch jetzt direkt damit an. Genau. So, Leute. Wir bei Klein viel macht auch Mist suchen ja eigentlich immer Videospiele oder Retro-Klamotten, um diese dann teurer weiter zu verkaufen oder um unsere Sammlung zu vervollständigen. Auf eBay Kleinanzeigen habe ich einen ganz coolen Deal gefunden. Ich musste auch nur nicht weit von mir hinfahren und die Sachen abholen. Und zwar habe ich drei Mario-Spiele gefunden und alles wirklich extreme Top-Titel. Zum einen, du kennst dich besser aus mit den Preisen, du kannst sie ja raushauen. Boah. Dieses Spiel hier. Das ist echt teuer, ich glaube, 15 bis 20 Euro auf alle Fälle. Mario Kart ist zu Weihnachten richtig gut gegangen, also auch um die 20 bis 25 Euro safe. Und zu guter Letzt Super Mario Galaxy. Ich glaube auch um die 15 Euro. Super Wii-Spiele. Und ihr wisst ja, Leute, Wii-Spiele werden immer teurer, weil die werden ja sowieso nicht mehr produziert und deswegen auf jeden Fall eigentlich sammeln, um sie dann teurer zu verkaufen. Ich habe noch nicht erzählt, was ich bezahlt habe. 25 Euro habe ich bezahlt für die drei Spiele, was vollkommen in Ordnung ist. Aber schon, 25 ist auch nicht das ganz gute Spiel. Allein dieses Spiel bringt fast 25 Euro, dann sind die gratis, also ist in Ordnung. Ich glaube, da mache ich vielleicht mehr Gewinn, als du jetzt gleich mit dem Restpostenpaket. Ich habe keine Ahnung, was da... Vielleicht ist da Gold drin, dann machst du noch mehr Geld. Wir sind so gespannt, Leute, wirklich. Wir haben das noch nicht aufgemacht. Das Paket ist schon gefühlt seit zwei oder drei Wochen hier bei mir. Wir haben es nicht aufgemacht und das machen wir nämlich jetzt mit euch zusammen und schauen mal, ob wir reitigend Geld verdienen können. Ich bin gespannt. Vielleicht kann man die Sachen irgendwie auf dem Flohmarkt wieder verkaufen. Wir müssen erst mal schauen, was drin ist, Leute. Wir nehmen euch live mit, also wir machen zusammen das Paket auf, ganz richtig. So, Leute, die Aufregung steigt lang. Du bist auch ein bisschen nervös? Ja, du siehst schon, wie bei den Händen krabbeln. Hä? Ich habe mir ein Messer besorgt. So, wir machen jetzt mal das Amazon Restpostenpaket auf. Leute, ich habe 20 Euro dafür bezahlt, ist eigentlich noch ein günstiges Restpostenpaket. Ich nehme mir jetzt mal mein Laptop zur Hilfe. Es ist nämlich ein Restpostenpaket, 30 Teile querbeet, Neuware, Retouren, Ware, Neuware, Retouren, Sonderposten von der Palette. Ja, Leute, ich bin gespannt. Wir machen es jetzt mal live auf. Oh, je, je, je. Ich habe meine Adresse nicht. Boah, was macht denn jetzt da? Jetzt bin ich aber auch gespannt. Ich hoffe, die Kamera läuft. Ja, die läuft. Die Kamera läuft. Digga, was ist das denn? Das ist schon hier. Ich dachte, das ist Elektronik. Ja, dachte ich auch. Hast du schon ein Elektronikpaket gekauft? Digga, keine Ahnung. Hier kommt schon alles davor. Was ist das? Unser Garten ist kein Hund. Nein, das könnte es sein. Aber das bringt Geld, ohne Spaß. Was ist das? Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jede Sache 1 Euro bringen würde, 30 Euro hast du schon 10 Euro gewinnt. Stimmt, das sind 30 Teile und ich habe 20 Euro bezahlt. So, Nummer 1. Aufkleber-Set Handmade. Ach, das ist scheiße. Wollen wir alles dann verlosen? Ihr seht, das ist prall gefüllt. Daniel, jetzt nichts. Das ist ein Handtuch. Ja, ein Handtuch bringt immer 1, 2 Euro auf dem Flohmarkt. Das ist schon mal was Gutes. Was ist das denn? Weiß jemand? Ach so, das ist hier. Ach so, das ist hier. Ach so, das ist krankes Zeug. Das riecht doch ein bisschen geil, ne? Was ist das denn? Junge. Splash and Play. Voll süß. Das kannst du irgendeinem Kindergarten spenden oder so. Alter, was? Scheiß. Hast du hier einen Kindergarten in der Nähe? Hm, keine Ahnung. Also, zwei Teile sind da vorne. Boah, die haben dir ja bis jetzt übelst den Plunder angedreht. Ey, ohne Spaß. Was ist das denn? Boah, sind das Mikrofasertücher? Aber die bringen was, ohne Spaß. Boah, guck mal hier. Ein Snoopy-Becher. Boah, ist das Snoopy? Boah, das ist das... Boah, hier ist Gold. Das ist ganz auf Schock, ne? Hey, was ist hier alles drin? Also, hier sind auch wirklich keine drin? Dann machen wir hier weiter einen Löffel? Oder was sind das denn? Kellen? Alter, was, wie ein Scheiß, Leute. Ich dachte, er kauft einen Elektronik-Posten, wo er jetzt... Nee, ich glaube, das mache ich, einen Elektronik-Posten. Ein Abflussstöpsel mit Kette. LED-Lichter-Kette? Boah, guck mal hier. LED-Lichter-Kette, ne? Boah, die haben sich ja komplett auf Kopf genommen. Wie, wie schnell entkältet? Boah, hier sind ja richtig geile Sachen drin. Guck mal hier. Das sind das alles drin. Boah, die sind doch coole Sachen. Also, wir haben noch einen Oberarmstraffer. Holzmund-Sportel, guck mal, wenn du Arzt spielen willst. Wenn irgendjemand was von euch braucht, dann schreibt in die Kommentare. LED-Taschen-Licht. Einer ist, aber ohne Spaß. Unser Kanal heißt der Kleinfie macht auch nichts. Also man kann es schon bestimmt verkaufen. Also ich weiß nicht. Innerhalb drei Tabletten. Was für drei Tabletten? Verursacht Hautreizungen, okay. Was? Keine Ahnung, was das ist. Wir machen mal weiter. Ganz gefährliches Zeug hier. Handle, Wade, für Haaradventile. Ganz wichtig. Gürteltasche. Dehnbar. Also ich glaube, das waren die schlechtesten 20 Euro, die du jemals investiert hast. Nein, warte doch mal ab. Probier. Guck mal hier. Was ist das? Das ist der Eiswürfchen. Was ist das denn? Eiswürfchen oder? Nee, kannst du da was Eiswürfchen machen? Nehme ich mal an. Keine Ahnung. Weia. So. Eine Pillenbox. Leute, es ist ungeschnitten. Also wir machen hier keinen Schnitt rein. Ein bisschen ist was klar. Zahnei, aber guck mal hier. Zahnei, ich sehe noch keine 20 Euro, dass du die wieder rausholst. Doch, ich sehe dich schon. Haken. Zwei Haken hier. Zahnreinigungsfeld ist doch cool. Oh, die brauche ich. Ohne Spaß. Genau, die brauche ich. Ist ja geil. Fünf Euro pro Stück. So. Maßband mit Stoffbezug. Alter, was ist das denn? Die sind Sachen, die habe ich noch nie mehr im Leben gesehen. Ganz höchstisch noch ein Stöpsel. Für die Bade. Ich dachte, jetzt kommt ein Pokémon und ein OVP. Guck mal hier. Einfach nicht so. Wann war es das schon, Leute? Puh. Was ist jetzt da? Oh. Gläser? Oh. Alles voll Gläser, Leute. Aber noch neu verpackt. Aber alles komplett No-Name-Produkte. No-Name. Ja, aber. Also diese. Kannst du ja noch die Kamera zeigen. Einen Gläser drin nochmal, Leute. Ich hoffe, man erkennt es. Ja. Das war das Restpostpaket von Amazon. Aber wir machen erstmal einen Schnitt, Leute. Ey, also ohne Spaß. Die Spannung ist schon geil. Leute, wir blenden euch jetzt nochmal ein Bild ein, was jetzt alles dabei war. Also es ist schon extrem viel. Und wie Daniel jetzt gesagt, es war doch jetzt kein Elektronikpaket, sondern es war jetzt glaube ich ein Haushaltspaket. Ob wir da 20 Uhr wieder reinkriegen, müssen wir mal schauen. Dann halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Aber mega spannend, oder? Zum Spenden, perfekt. Oder zum Spenden, genau. Da sind ja auch Kinderartikel dabei, wenn die jetzt wirklich hygienisch gut sind und da keine billigware ist. Ja, Leute, wen das interessiert, also wir machen glaube ich da weiter. Es gibt ja noch Elektronikpakete, so Restposten, Elektronikpakete. Oder was ich auch beruflich mache. Ja, genau. Daniel macht ja viel mit Klamotten. Da gibt es auch immer Restposten. Und Schulen, da kann ich auch ganz viele Restposten euch zeigen. Wenn euch sowas interessiert, da kann man wirklich Geld verdienen, nicht wie bei dem Zeug. Also vielleicht macht man auch Geld. Wir können uns entweder auf den Flurmarkt damit mal stellen und schauen, ob die Leute sowas kaufen oder spenden. Oder einfach mal bei Ebay Kleinerzeigen wieder reinhauen. Genau. Oder ich kann jetzt auch Arzt spielen, wenn ich mir sowas angucke mit Holz, Mund, Spachtel. Leute, unglaublich. Aber interessant, hat Spaß gemacht. Genau. Also wen das interessiert, Leute, schreibt es bitte, bitte in die Kommentare rein. Und dann schauen wir mal, dass wir davon mehr machen. So, wir kommen wieder zum Ende. Und mein Fazit ist, naja, ausbaufähig. Ich mache es mir ein bisschen leichter, investiere gar nichts und klicke einfach mal bei Ebay Kleinanzeigen auf Verschenken. Weil da verschenken Leute tatsächlich mega coole Sachen. Das habe ich auch niemals gedacht. Schaust du da oft, oder was? Ab und an mal, wenn ich mal Zeit habe, schaue ich da mal rein. Und als ich dann mal reingeguckt habe, war ich wirklich der allererste, als eine Frau die Sachen reingestellt hat, zu verschenken. Ich konnte es irgendwie nicht wahrhaben. Aber in Berlin, oder? Nee, das war ja das Lustige. Ich habe dann gebeten, das zu versenden. Sie meinte, na gut, dann versende ich das für 1,90 Euro. Und dann habe ich noch 1,90 Euro Versandkosten. Deshalb habe ich aber dieses Spiel bekommen, was alleine, glaube ich, schon 13 Euro wert ist. Niemals. Sogar, was ist das? So ein Karten-Set ist mit drin. Niemals. Noch komplett neu. Ihr wisst ja, das Spiel bringt gar nichts, aber in einem Geschenken-Gaul schaut man nicht ins Maul. Genau. Alles für Geschenke. Geschenke, mega cool. Und ich kaufe hier einen Restpost. Warte, der ist Screenshot, weil ich kann ja viel erzählen. Hier ist noch ein Screenshot, wie ich das bekommen habe. Ich kaufe hier einen Restpost, okay, für 20 Euro. Und du lässt hier einfach was schenken. Also du kriegst hier was mit dem Sonsten. Ja, Leute, ihr seht, es kommt wieder mal so viel auf unserem Kanal jetzt in diesem Jahr. Ist so viel geplant. Wer dabei sein will, abonniert uns bitte, kommentiert bitte fleißig, wie ihr das Restpost-Paket findet und ob ihr davon mehr sehen wollt. Das war's auch schon wieder. Danke fürs Einschalten. Und seid fleißig, Leute. Macht eine schöne Woche. Tschüss. Ciao, ciao.